Das ist der Verein, der hier das meiste auch organisiert hat übrigens. So, kommt ihr beiden. Nadine, Matthias. Ja, wir kennen das ja schon, dass wir so ein bisschen unbekannter hier in Friedberg sind. Das wollen wir erinnern. Unter anderem durch den Ehrenamtstag, den wir hauptsächlich mit organisiert haben. Wir sind sozusagen Initiatorin, Initiator. Und ich bin die Nadine. Und ich bin der Matthias. Und wir sind beide im Vorstand von der ERG. Genau. Und jetzt verlieren wir gar keine Worte und wollen uns vorstellen. Du bist hier richtig. Du bist hier richtig, wenn du mehr willst, als nur durch den Alltag zu schleichen. Auf der Suche nach Sinn, nach Verbindung, nach Gemeinschaft. Du bist hier richtig, wenn Friedberg für dich mehr sein soll, als nur ein Punkt auf der Karte. Wenn du Menschen treffen willst, die anpacken, die träumen, die tun. Vielleicht hast du ein Projekt im Kopf, das schon lange in dir brodelt, aber du weißt nicht, wie du anfangen sollst. Vielleicht willst du einfach mal wieder was bewegen, was verändern, was erschaffen, egal wie groß oder klein. Dann bist du hier richtig, bei der Ehrenamtsagentur Friedberg, kurz EAG. Wo jede und jeder seinen Platz findet. Mit jeder Idee, jedem Talent und jeder Vision. Hier geht es nicht um den Lebenslauf. Hier geht es um Herz und Hände. Seit 2014 sind wir hier, um Menschen zu begeistern, um freiwillige Projekte zu stützen, um Engagementlotsen den Weg zu weisen. Du hast ein Anliegen. Wir haben die Türen offen. Seit 2022 bauen wir durch Hands-on-Netzwerke, verbinden Vereine, geben Engagement, ein Zuhause. Ob du beim Repair-Café den Müllbergen den Kampf ansagst, alte Dinge wieder zum Leben erwächst und beim Schrauben und Nähen neue Freundschaften schließt. Du bist hier richtig, wenn du dich einfach nicht mehr nur treiben lassen willst. Sondern aktiv werden möchtest, wenn du weißt, Zusammen können wir was bewegen. Groß oder klein, mit Schraubenzieher oder Herz, mit Vision oder bloßem Wunsch nach Gemeinschaft. Du bist hier richtig, hier in Friedberg, hier bei uns. Ja, vielen Dank. Wie ihr seht, wir haben das gleiche T-Shirt an. Das liegt nicht daran, dass die im Sonderangebot waren, sondern, also das ist mein Mann und das ist die Nadine, mit der wir zusammen im Vorstand arbeiten. Vielen Dank. Kommt zu uns an den Stand, wir stehen direkt hier vorne und wir freuen uns über viele neue, junge und alte Aktive. Ehrenamtsagentur Friedberg. Ein großer Applaus.